herzlich willkommen bei der besten fußball community deutschlands wir machen dich zu besseren fußballer zu einer besseren fußballerin und zwar mit diesem heutigen video heute geht es darum was du den herbst ferien machen kannst vielleicht hast du gar keine herbstferien aber ich spreche auf jeden fall eine große anzahl an leuten an denn auch gerade hier in schleswig holstein und auch hamburg gibt es herbstferien und die sind auch gerade also was du machen kannst ist auf jeden fall in erster linie kurier dich mal richtig aus und schonen dich mal ja es ist mal häufig so gerade im jugendbereich dass man irgendwelche blessuren von fußballspielen mit sich trägt ja irgendwie ein knie was aufgeschürft ist oder eine leichte zerrung oder was auch immer und da würde ich dir wirklich raten jetzt wo du spiel frei hast sind die herbstferien wirklich ideal als zeitraum um genau diese verletzungen egal ob es jetzt eine schürfwunde ist oder eine zerrung was auch immer aus zu kurieren und dich damit wieder zu regenerieren für die kommende saison oder auch für die rückrunde was auch immer für das nächste spiel das heißt erster step wirklich versucht ich mal aus zu kurieren und zu regenerieren ganz ganz entscheidend und zweitens ist die herbstferien kannst du sehr sehr gut nutzen um noch mal spezifischer an den individuellen stärken und schwächen zu arbeiten also um individuell training zu machen es ist ja so die meisten haben zwei dreimal mannschaftstraining pro woche vielleicht sogar vier mal und da fällt es einem oftmals gar nicht so leicht noch irgendwie zeit zu finden um individuell training zu machen um auf dem fußballplatz zu gehen und seine stärken und schwächen zu trainieren jetzt in den herbstferien haben die meisten ja zumindest nicht alle zwei wochen durchgehend mannschaftstraining und ich würde dir raten diese zeit zu nutzen vermehrt auf dem platz zu gehen nicht nur ein bisschen beuten zu gehen ja mach das immer mal wieder aber arbeite vor allen dingen auch an den individuellen stärken und schwächen wenn du da hilfe brauchst oder vielleicht sogar ein trainingsplan für deine einzelnen positionen die du spielst dann schreib uns einfach mal an auf instagram beispielsweise denn wir haben vorgefertigte trainingspläne für jede einzelne position wenn du auch ein ernährungsplan hast wo ich jetzt gerade schon über den plänen bin wenn du auch einen ernährungsplan brauchst dann schreib uns einfach mal an denn auch das haben wir auch noch vor ort also zweitens versuch vermehrt den fokus auf das individuelle training zu legen und jetzt in den herbstferien individuelle training auf dem fußballplatz zu machen ja vielleicht sogar mit einem trainingsplan von uns aber auf jeden fall mit einem strukturierten trainingsplan das dritte was du machen solltest das sage ich immer wieder das sagen wir immer wieder beschäftige dich mit dem thema mindset und auch mentales training es gibt so vieles was du damit beeinflussen kannst sei es das problem dass du im spiel nicht so gut spielst wie im training sei es das problem dass du zu aufgeregt bist vor einem spiel sei es das problem dass du kein selbstvertrauen hast was auch immer mentale stärke mentalität ist ein so großer faktor beschäftige dich mit dem thema und wenn du jetzt weißt du weißt gar nicht wo du anfangen sollst wenn du das sagst dann rate ich dir wirklich hör dir unseren podcast an komplett kostenlos unser podcast jetzt vielleicht einmal einblenden hashtag next level der fußball podcast auf spotify eingeben und dann findest du ihn denn in unserem podcast geht es fokusweise vorzugsweise um das thema mindset und mentales training also drittens ganz wichtig beschäftige dich mit dem thema mindset und mentales training und die vierte und letzte sache ist setze doch mal neue ziele das kannst du aber erst dann machen wenn du zuerst einmal reflektiert hast und analysiert hast wo du gerade stehst das bedeutet viertens konkreter schritt mach eine ist und zielanalyse schreibt einmal auf okay wo stehe ich gerade habe ich meine bisherigen ziele in diesem monat in dieser woche in dieser saison erreicht wenn ja warum wenn nein warum nicht schreibt dir es auf setzt den neue ziele für die neue saison für die nächsten spiele kurz mittel langfristige ziele nach der smart methode auch dazu haben wir schon ein einzelnes video gemacht check das sehr sehr gerne mal aus also vier wichtige dinge die du jetzt in den herbstferien machen kannst erstens versuch dich zu regenerieren zweitens versuch vor allen dingen deinen schwerpunkt auf das individual training zu legen drittens versuch dich mehr mit dem thema mentales training mentalität und mindset zu beschäftigen und viertens versuch dir mal eine ist und zielanalyse zu machen und jetzt neue ziele für die letzten spiele und die neuen spiele zu setzen das war das video ich hoffe dir hat es gefallen wenn ja hinterlass sehr sehr gerne ein like oder kommentar ich weiß man sagt das immer so vor der kamera aber letztendlich macht man es nicht mach es gerne auch heute für dieses gute video wenn es dir gefallen hat okay vergiss auch nicht zu abonnieren wenn du es noch nicht gemacht hast ansonsten wie gesagt check unseren podcast aus check unseren instagram kanal aus es gibt vieles was du vielleicht auch nicht weiß was dich aber definitiv voran bringt ansonsten habe nicht mehr zu sagen als wir sind raus bis zum nächsten mal